und zurück zu uncharted 4 weiter geht es hier in dem dorf schauen uns jetzt der weg hin führt kein plan wo wir hin müssen die gegner sind alle alle gekillt würde ich sagen aber ich habe hier vorher was gesehen wo war denn das jetzt ich glaube hier unten war das oder ne bloß ein bisschen verguckt da ist eine waffe die haben wir uns natürlich ok schon mal zehn schuss mit der magnum hier geht es hoch da geht es runter wir müssen irgendwie da hoch nur klein kein plan wie dafür gehen wir da hinten lang stein schloss büchse ja das nehme ich lieber nicht bis zwei schuss drin kann man auch nicht hoch kein plan wie wir jetzt hin müssen da da ok ja 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 Ich kann es ja noch ein bisschen weiter abstellen. Hmm. Hmm. Okay, da geht es nicht weiter. Okay, okay. Da wäre eigentlich was, aber komme ich da hoch? Da komme ich gar nicht hoch. Ist ja wieder, ich muss irgendwie da oben rein. Aber wie? Gehen wir hier mal entlang? Ich bin da auch was wieder raus. Was ist hier? Ich bin da auch was wieder raus. Hm. Ah, da geht er auch nicht ran. Ich habe keinen Plan, wie es hier weiter geht. Ich bin da. 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 Ah, hier geht's hoch. Okay. Ich bin da. 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 Nein! Scharfschütze! Ein Typ mit Körperfassung! Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Alles klar? Ja. Nur etwas außer Atem. Ja. Franklin, vergib mir, ich habe es gestern Abend in der Gegenwart unserer Familie nicht gewagt, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte Ihnen keinen Kummer bereiten. Seit einigen Tagen habe ich meinen Cousin Jack nicht mehr gesehen und gehofft, du weißt vielleicht, wo er sich aufhält. Im Gefängnis habe ich bereits in den Einfriedungen und Zellen nachgeschaut. Wäre nicht das erste Mal, dass man ihn dort gewahrsam hätte. Fand aber nur den üblichen Trunkenbolde vor. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist, aber niemand traut sich darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen. Ich fürchte, es hat etwas mit den Treffen unter der Kirche zu tun, an denen ihr beide zu jedem Halbmond teilnimmt. Sie sind ein offenes Geheimnis und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründer auch Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sage es mir, falls du irgendwas gehört haben solltest. Matthew Okay. Na los, Sam. Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay. Okay, also, nein. Ist ja gut, ist ja gut. Komme schon. Hey, da vorne sind noch ein paar. Wo zum Teufel steckt er? Sie sehen uns nicht. Boah, nimm halt das, ich verstehe das nicht. Oh, Gott. Nathan! Nathan, da vorne sind noch ein paar. Ja, da vorne sind noch ein paar. Ja, da vorne sind noch ein paar. Ja, da vorne sind noch ein paar. Da vorne sind noch ein paar. Da bin ich mir, da vorne sind schon ein paar. Böken. Was ist das? Granati Irgendeine Brücke ist eingestürzt Sie müssen den Fluss umfahren Hey, wir sind hier! Hey, schieh doch! Das ist die Lage, die Schäden! Arsch! Das kostet keiner, Bruder! Vorsicht! Wir haben ihn! Uh! Na, Munition. Guck mal, der schon ist. Okay, wenn wir bald am Ziel sind. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Danke. Oh, nee, oder? Nein. Hier lang. Das habe ich auch gerade gemerkt. Das habe ich auch gerade gemerkt. Boah! Oh, Mist! Ein paar noch mal komische Häuser. Puh! Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Ja, Leide. Okay. Na, die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Wie geht's dir da hinten? Ist ne super Aussicht! Fast geschafft, Sam! Okay. Wo geht's jetzt hier weiter? Hier unten? Gehen wir mal hier rein. Mach einfach, was ich tue, okay? Oh! Also alles, was du tust! Ja! So in der Art! Oh! Boah! Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Mal da oben schauen. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Da oben ist nichts. Ne, schaut nicht so aus. Oh! Oh! So! Okay, der Turm ist nah. Wir müssten bald da sein. What the fuck? Why? Come here! Mann, das ist beeindruckend. Geil da. Richtig geil. Ich hab immer noch mal die Tür. Wahrscheinlich kommen wir da wieder nicht rein. Wieder klemmen. Oder auch nicht. Rufst du mir mal? Ja. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja. Hinweise suchen. Okay. So. Die Diebe von Libertalia. Kapitel 15. Mörder. Dieb. Was ist das? Manifest des guten Schiffes Destiny. Auf dem Weg nach Libertalia. Vor dem Hafen von Kings Bay. Ah, ich glaube das war die Ladung oder sowas. Okay, die lese ich jetzt nicht vor. Wenn ihr so lesen wollt, einfach Pause machen, dann könnt ihr so lesen. Captain Avery. Sahst auch schon mal besser aus. Ah, nichts. Nichts. Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Moment. Nathan, hier drüben. Was hast du da? Libertalia Geld. Da ist Avery Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen. Der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder. Nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Hm. Hm. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist seine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. Nur Devon? Okay, ich glaube, wir müssen nach England. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachtturm hochzuklettern? Und zu orientieren? New Devon, wir kommen. Also, wie kommen wir da hoch? Da sind Ketten. Können wir uns hier irgendwie hochschwingen oder sowas? Probieren wir es einfach mal. Nee, geht nicht. Okay. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, bereit? Ja, war meine Vermutung ja doch nicht so falsch. Sie ist einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Dann ist sie hoch. Oh, nein, die Kette. Oh, gut gemacht, Tatsang. Ich glaube, wir müssen dann hier rein. Okay. Ach, das wundert mich auch gerade. Wahrscheinlich werden wir die Ziegel einbrechen irgendwo. Ups, zu früh gefreut. Ich hab's ja gesagt. Nelsen, siehst du den Turm? Klar. Er, wir müssen uns die Ziegel einbrechen. Ich bin da. Ich bin da. Und ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. So, muss man eigentlich oben sein. Ganz schön aufgeregt. Oder geht's hier noch weiter? Oh, mit dir. So, letzte Leiter. Müssten wir eigentlich komplett oben sein. Was für ein Ausblick, he? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? New Devon. Okay. Okay, Leute, wie es dann in New Devon weitergeht und ob wir das in der nächsten Folge dahin schaffen. Schaut auf jeden Fall rein, dann verpasst ihr auch nichts. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschö.